Jetzt aber erstmal euch zurück in euer Dorf schicken. Schicksalsbinder, Schicksalsbinder, bitte diese Tiermenschen haben uns in den Ebenen gefangen. Sie halten uns gegen unseren Willen fest. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns töten und fressen. Bitte, du bist hier, um uns zu helfen, oder? Die Steinpürscher sind tot, ihr könnt gehen. Ihr Priester seien die Eichhunden. Danke, tausend Dank, Schicksalsbinder. Wir werden nie vergessen, was du für uns getan hast. Ja, da rennen sie. Und ich habe gerade einen Tiermenschenstamm der Vergessenheit übergeben. Weil ich mich halt dafür entschieden habe, mit den Geschmähten zu arbeiten. Ja, ich kann zum Turm des Morgenrauns jetzt reisen. Zum Heulfelsen, um genau zu sein. Ich kann auch ins Graustein-Tal erstmal reisen. Also erstmal nach Halbtor, dann ins Graustein-Tal. Über die Kakophonie ins Graustein-Tal. Oder die Kakophonie, um es gar nicht richtig auszusprechen. Hier muss ich jetzt Grausohnen finden. Ich bringe dir die Nachricht, dass die Plünderer gerettet sind. Schicksalsbinder, ruf Grausohn, glücklicher zu dir. Snirst, du bist zurück. Ich habe schon von deinen Händen in den Steinfall gehört. Unsere Plündergruppe ist wohlbehalten wieder heimgekehrt. Diese Tiermenschen. Er schüttelt seinen Kopf. Schreckliche Monster. Er spuckt aus, tritt die Spucken mit seinen Schuhen in den Dreck. Die Welt wäre schöner, wenn ich sie nicht gebe. Du vertrittst hier eine starke Meinung. Also schnaubt verächtlich. Ist sie nicht gerechtfertigt? Ich bedanke mich für alles, was du getan hast, Schicksalsbinder. Aber es ist am besten, wenn du gehst, bevor ich wütend werde. Ja, ein bisschen Gunst bei den Steinmeerdörflern. Schicksalsbinder, ja. Also ist nichts Neues. Da sind nur Siedlerhäuser. Oh. Töne dem Schatten. Alpha, die Tierfrau flätscht die Zähne. Töne dem Schatten, muss mit Alpha sprechen. Jetzt, jetzt. Bin schlaue Jägerin. Kann verstehen, warum Rudel muss einen Stamm von Tierfrauen töten. Schwächsten, aber größten Stamm, um Menschen prima mit Namen Kyros zu besiegen. Zu besiegen. Aber Schattenjägerin, wir wissen, muss jetzt wissen, dass Messen von Tierfrauen durch Rudeln nicht weitergehen wird. Was soll das heißen? Ich verstehe deine Sorge, aber ich habe keinen Grund, die anderen Stämme niederzumitzen. Das kommt darauf an, wenn die anderen Stämme mir in die Quere kommen, lösche ich sie ganz genauso aus. Was soll das heißen? Haben viele, wenn nicht sogar alle Steinpirscher gejagt. Hatten Grund, jepp. Aber was ist mit anderen Stämmen? Was ist mit Manta-Geborenen von unbeugsamen Meer? Was ist mit Katfas oder Westräubern im höchsten Norden von Stufenlanden? Töte dem Schatten, kämpfe Schicksalsbinder, damit Verwandtschaft nicht stirbt wie Schattenjäger, damit alle Tierfrauen leben können. Ich verstehe deine Sorge, aber ich habe keinen Grund, die anderen Stämme niederzumitzen. Ist wahr, Schicksalsbinder lügt nicht? Sie schnaubt erleichtert, blickt dich aber weiterhin Misstrauisch an. Entging ihrer Instinkte, will sie dir vertrauen. Alpha von Töte dem Schatten würde nicht darauf kommen, Tierfrauen glanlos zu jagen bis ausgestorben und würde nicht glauben, dass Alpha Bollwerks eigenen Zorn Zähne überleben könnte. Wenn Tierfrauen vom Plan von Menschen durchschaut hat, als sie diese Drogen ausspricht, lässt sie ihre, lässt sie ihre, lässt sie ihre Dürren, Knöchel knacken, ihre Klauen krümmen sich gegen ihre Handflächen und bohren sich in ihre schwellige Haut bis Blut aus ihrer Faust tropft. Blöffen, keine Sorge, ich habe einen Plan, um das Überleben der Stämme zu sichern. Du wolltest dich mir anschließen, also folgst du mir entweder oder verpissst dich? Was habe ich dir darüber gesagt, mich zu hinterfragen? Die Faustpallen. Ich habe mir nicht vor, die Tiermenschen auszulöschen, solange sie mir nicht im Weg stehen. Sie schnappt in deine Richtung, zieht die Lippen zurück und saugt Luft über ihre Zunge ein, um zu schmecken, ob du vielleicht lügst. Schließlich nickt sie zufrieden. Habe Alpha viele unmögliche Taten vollbringen sehen. Habe Stärke gesehen, die irrenbürtig mit Eichhunden ist, die Tierfrauen jagen. Schattenjägerin wird sich daher schicksalsmitte unterwerfen für länger, für den Moment. Ja, darf ich mit dir noch sprechen? Alpha muss nur sprechen. Bollwerk wird zuhören. Ah, das ist die zweithöchste Position. Sie nickt, durch ihre Worte klingen, durch ihre Worte klingen misstrauisch ob ihrer emotionalen Wunde. Hattest du in letzter Zeit irgendwelche guten Jagden? Gut, und viele mehr als fünf. Gut, ihr habt viele mehr als fünf. Die Tierfrau öffnet ihre klaren bewährte Foto und in der Luft und lässt sie zuschnappen. Ihre prischschwarzen Krallen, ja? Stimmt es nicht glücklich, dass ich Linkskralle befreite? Jep, Fatesbinder ist gut, Alpha, um zu töten in Schatten. Sie hört auf Beestwimmens, um zu Männern, wie alle Männer sollten. Sie möchtet, Beestwimmens, um zu kämpfen, um zu kämpfen, um zu kämpfen. Sie schnappt und schüttelt den Kopf. Sie hächelt und kratzt sich auf der Rückseite ihrer Mähne. Dann beugt sie sich nach vorne, nähert dich heran und der heiße Atem dringt in deinen Hals. Als sie grinst, zähnt ihre dunkle, niederfarbene Zunge aus dem Maul und tropft Speichel auf deine Schulter. Die Frau mag auch Schicksalsbinder. Ich möchte mit dir ein paar Übungskämpfe machen. Die Frau darf Spielkämpfen mit Alpha. Sie wird sofort munter und beginnt zu sammeln und zufrieden zu knurren. Sie erhebt sich von ihren Hinterläufen und führt zum Aufwärmen mehrere Übungsschläge aus. Sie speist ihre dunklen Krallen weit und fixiert sich mit einem begierigen Stachen, das seinen Herzschlag rasen lässt. Ja. Also komm, hat sie geschrieben. Bevor du auch nur einen einzigen Schritt vortreten kannst, schießt die Tierfrau ohne Vorwandlung auf dich zu und wirft sich mit voller Wucht gegen dich. Ihre muskulöse Schulter rammt sich in deinen Magen und ihr taumelt Beil zum Boden. Ein einziges Gewirr aus Gliedern, Haaren und Klauen. Sie von dir herunterschießen, ihr einen Kopfstoß verpassen, die zusammenrollen und fümmern. Sie von dir herunterschießen. Wer auf den Boden gepressten Rücken mühnt, deine Finger sich ein Sigi zu bilden. Oh, ich hab ein Sigi gebildet. Du keuchst, als die Energie zwischen euch Blasen wirft und mit einem Platz tötet den Schatten wie durch die Luft gewirbt. Landet als zusammengekautes Häufchen, ihre nackte Brust zischt, ihr Fall verbannt und stinkt und sie winselt einmal. Zittert, zieht sie ihre Beide über den Boden an sich heran. Langsam, langsam vorsichtig und unter Schmerzen steht sie auf. Einfach als starker Mystiker. Fünf Ränge im Wissen gesteht sie und neigt den Kopf um sich dir zu unterwerfen. Dann wirkt sie halb verdautes Fleisch und spuckt es auf den Boden. Ich möchte deine Meinung über etwas wissen. Die Tierfrau setzt sich auf ihre Hinterläufe. Sie kratzt sich unter einer haarigen Ja, ihr wisst schon dann unter der nächsten und schnüffelt in der Luft mit sich leicht und schnüffelt in der Luft mit sich leicht auf und ab bewegen den Kopf. Ihre roten Augen schließen sich zufrieden. Schicksalsbitter hat guten Moschus gerucht. Riecht nach Blutkehre, nach Jäger, nach wildstarkem Alpha. Ist gut, um die Biestwomen für ein Hinweis zu fragen. Selbst starke Alpha braucht ein Bollwerk an der Seite. Wie würdest du unserem Fortschritt beurteilen? Überstehen vom Gebiet der Tierfrauenlande, lande die Menschen nennen Königreich von Stufenvolk. Weiß das Schicksalsbitter hat Beanspruch, Gebiet von Vendrinsboden. Ist gut für Rudel, gut für Geschmähte. Sollte sich tötet im Schatten um noch anderes kümmern? Sie kauert sich nieder und kratzt sich am unteren Rücken. Einfach riecht nach Überwinden von schneidenden Windklauen in Klingengrab stärker. Trat Edikt von Kyrus entgegen. Macht das, Leute Schicksalsbinder fürchten. Das hier ist jetzt neu. Schicksalsbinder beanspruchte Horizontfels, genannt Turm des Berges bei Vendrinsbrunnen. Sollte mehr beanspruchen. Sich macht selbst dem stärker und stärker werden. Kyrus riecht seine eigene Tribe und zerstört die Gefahr zu dem Territory mit Angriffen genannt Edikt. Vendrinsbinder sollte die gleiche mystische Kraft lernen. Selbst Archons können nicht gegen Edikt gewinnen. Kyrus beherrscht Kyrus beherrscht eigene Stamm und vernichtet Bedrohung für Territoren mit Angriffen genannt Edikte. Schicksalsbinder sollte selbe mystische Stärke erlernen. Selbst Archons können nicht gegen Edikt gewinnen. Sein bester Angriff wird benutzen zu töten zu töten 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 überleben. Das ist klar. Ja. Wie sollen wir deine Meinung nach fortfahren? Du nicht lieb, ist Todesbezwingern zu töten zu töten zu töten zu töten zu töten zu töten das wird gewinnen. Mag Geschmähte nicht, aber Eisenhäule sind stärkste Menschen. Kern von Todeskampf zurück. Schicksalsbinder sollte geschmähten Todesbezwängern helfen. Sollte sich auf Seite von Rudel stellen, das siegen wird. Aber nach Kyrusen Schadows slaughter mit Rind will Kylion Glads exk will nicht zurück sogar für Alpha danach aber tötet im Schatten wird Metzeln reißen zerfleisch und wird Eisenhäute ausrotten wird sich nicht mal für Alpha zurückhalten für die geschmähten gilt Kyros will auch weiterhin sie alleine verkörpern die Stärke des Oberherrn Kyrus haunt beast women kill tribe extinct his threat to survival this favorite also haunt beast women kill sind not smith will not die kill fight slaughter this favorite first ich will nicht sehen wie du wave nash besiegt Kyros jagt tierfrauen töte ganze stemme ist bedrohung für überleben auch geschmähte jagen tierfrauen töte dem schatten wird sich nicht als sklavin unterwerfen wird nicht sterben wird zuerst töten bekämpfen abschlachten geschmähte das mit dem rudel fragen wir mal was anderes sie gehen ihrer lilla farben der zunge ja lead conversation best woman will follow wie es wir sollten eine strategie entwerfen wie wir am besten mit unseren feinen und verbündeten umgehen best way ist mit blöd vergießen jeps die grinst breit wobei die zunge über ihrer glänzenden rasiermesser scharfen zähne hängt schicksalsbinder hat viele verbündete noch mehr feinde wenn jagen schicksalsbinder und tötet im schatten heute wen jagen ja was kannst was denkst du über küros und die archonten schicksalsbinder hat keine pats schicksalsbinder stamm kennt rudel gut was weißt du über die geschmähten und graven ash geschmähte jagen versklaventier frauen jäger jäger von rivalen stemmen nicht mögen bewundern beneiden beneide geschick möchte verfolgen dann wollen töten langsam schreien lassen geschmähter aber heulen nicht so leicht haben tote zähne zähne in hals und reiß krallen in bauch gekriegt aber trotzdem überlebt alpha leckt schmerz von rudel macht rudel stärker tödliche bedrohung schicksalsbinder töten töten ihre kalten roten augen durchdringen dich förmlich solltest du sie hinter gehen erwartet dich wohl ein schmerzhafter langer tod schmerzhafter schmerzhafter schmerzhafter